Boah, ich mag den Helden einfach. Shit, hier ist alles unter Strom. Toll, jetzt bin ich beim Rave. 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 Ich bin beim Rave. Geh doch mal eben in dein Inventar. Ich glaube, darüber kannst du auf Bonis zugreifen. Ich denke nicht. Wir können nur theoretisch Anpassungen machen, wie zum Beispiel die Munitionskapazität erhöhen. Ich komme ja in einem halben Jahr wieder und Puff ist immer noch der Alte. Tut mir leid. Sorry, ich wollte dir keine Waffe zeigen. Das ist eine Privatparty. Scheiß Polizei. Ich habe mal den Opti auf Neon gesehen. Das war kein schöner Anblick. Ja, aber es überleben wir anscheinend auch nicht gut, habe ich gehört. Ich spüre überhaupt nichts mehr. Ich sitze hier mit einem gefalteten Schwan zusammen und drehe es mit ihm. Du siehst so klein aus von hier oben. Moment, da ist draußen. Ich spüre überhaupt nichts mehr. Und an der linken Seite vom Depot. Achso. Ja, wisst ihr, was das für Pistolen sind? Das sind die Geschichten, die ich bekommen habe durch die Vorbestellung. Äh, Moment. Da sollten wir dann diese 10mm Pistole zum Beispiel ablegen. Ja, wenn die transferiert wurde, können wir die nicht wieder ins Depot legen. Ich kann die Musik fast sehen. Ich habe mit dem Pone-Dancing angefangen. Wer bist du denn? Ich liebe diesen Song. Ja, ich finde den auch gut. Ja, was geht ab? Ich glaube, hier war der Weg hinten rum. Da, wo der ganze Strom war. Hm. Ach, guck mal. Sicherheitsstufe 1. Da kommen wir ja immer locker flockig durch. Hm. Der sieht nicht mehr taufrisch aus. Der hat aber wohl eine Party alleine gemacht. Er und der Schwan. Geh weg. Ich wollte eigentlich das PDA benutzen. So, was wäre eine coole weitere Fähigkeit, die ich mal eben freischalten könnte. Roboter, Geschütze und Überwachungskamera, die gackt werden können und durch die kleine Symbol markiert. Boah, eigentlich brauche ich mehr Tragevolumen. Wirklich. Mein Inventar ist einfach nur am sterben. Daco, ich habe überall jemanden gesucht, der uns Neuropuzin verkaufen kann. Meine Suche hat mich zum Pilgerbahnhof geführt. In einem der Gebäude dort gibt es ein Apartment mit einem Schwan auf der Tür. Im Apartment ist ein Geheimraum, der beweist, dass dieser Reinigungsdienst als Fassade für einen Drogenring dient. Ich habe zwar kein Neuropuzin gefunden, aber dafür eine sehr wichtige Info. Weißt du, warum niemand argumentiert einen Neon verkauft? Weil es für Menschen mit Neuropuzin im System tödlich ist. Also alle... Also lass bitte die Finger von dem Zeug und informiere möglichst viele deiner Freunde. Tja, ein bisschen zu spät dafür. Du bist schon tot. Aber trotzdem weiß ich nicht, wie ich den Stromweg überstanden hätte. Ich liebe diesen Song! Ich liebe diesen Song auch! Na los, tanz! Geh weg! Ich habe mit dem Boom-Dancing angefangen. Was? So glänzend! Ich kann die Musik fast sehen! Ah! So, macht euch nichts draus! Moment, warum kann ich die Tür nicht versperren? Geht doch mehr oder weniger. Sobald ihr wieder runter seid, lasse ich euch raus. So lange bleibt ihr bitte in dem Raum drin. So, da ganz am Ende der Stadt sollen die Apartments sein, wo ich hin muss. Also im Osten. Und ich bewege mich schon richtig. Ah, die hätten wirklich ne Markierung wenigstens aufs Radar machen können. Für das Quest. Okay, vielleicht bin ich ein bisschen zu verwöhnt von anderen Spielen. Ich will aber nur ne Markierung auf dem Radar haben. Damit man weiß, in welche Richtung man laufen muss. Soll ich nicht immer wieder die Karte aufmachen muss, um zu schauen, wo ich hin muss? Die Frage, ob das Spiel gut ist, ist ne Geschmacksfrage, ob man das mag. Ich mag einfach die Deus Ex Geschichte. Und da ich den vorigen Teil auch gespielt habe, werde ich es dann wahrscheinlich auch durchzocken. Wenn sich irgendein Bug hat, was mich einfach tötet. Und... Ui, schöne Pillen. So, da sind die Apartments. Kommt das auch Audi TV? Ich glaube, du wolltest auf YouTube schreiben. Ja, es kommt auch auf YouTube. Wo haben wir denn? Tür, die erkennt, ne? So... Die Tür ist mit einem Schwan markiert. Dann gucken wir mal. Die Kluft nur vergrößert und den Dialog für beide Seiten erschwert. Wir werden jede Neuigkeit von der UN sofort berichten. Ich bin Eliza Kazan mit einem Leib... Warum ist die Tür hier offen gewesen? Ich war hier noch nie drin. Geil, ist einfach, kommst nach Hause und hast den Kühlschrank irgendwo liegen. Und fragst erst mal, äh, was für ein Wichser hat den Kühlschrank hier rumgeschmissen. Da ist der Schwan. Mh, Sicherheitsstufe 2, das sollten wir auch so hinkriegen. Oh, da hat der mich schon entdeckt, ey. Ich hasse dich. Komm, nimm's, 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 nimm's. Rein da, nächster, nächster, nächster. Ist hier jemand, hallo? Hier ist irgendwie auch wieder lauter Schweden an der Wand. Spezialzustellung. Liebe Reiniger, ich habe von einem neuen Service in Prag gehört, der Spezialzustellung macht und Partys und geheime Raves in der Kanalisation organisiert. Kommt euch das bekannt vor? Falls es einen Weg gibt, Neon zu kriegen und sich an Bonbon und ihre Gang zu wenden, will ich davon wissen. Die Welt ist schwarz-weiß, aber Neon ist bunt. Neon ist Leben. Bitte, ich bin sehr diskret und ich kann bezahlen. Katharina. Bei der in der Wohnung waren wir auch schon. Über diese Schwäne. Und nirgends genug Drogen. Oh, ein PDA. Cygnus, ich war dir, wie besprochen, in 33... Hey Lavni, bei dieser Neon-Nächte-Party. Du hattest recht, was den Burschen angeht. Ich denke, wir können ihm trauen. Er mag die Dvalis genauso wenig wie wir. Die anderen sind, denke ich, auch okay. Nur dieses Mädchen Katharina könnte Ärger machen. Nicht wie die Dvalis, nur ganz normalen Ärger. Allerdings ist auf der Party etwas passiert, worüber wir uns unterhalten sollten. Ich habe eine Seite von Neon gesehen, die ich noch nicht kannte. Ich nehme an, du weißt, was ich meine. Labut. Und ja, es werden die Folgen auch auf YouTube folgen. Mein Gott. Was ein Deutsch. Irgendwo muss doch hier was versteckt sein. Nicht nur diese EMP-Munition. Da ist ein Weg, den wir durchschlagen können. Ich mag es. Aber schön, dass man nie jemanden zu Hause antrifft. Was ist das? Boah, man kann die Staubsauger anmachen. Ja! 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 Seht, wie ich das Wasser verschwende. Ja! Ja! Da hole ich mir die 5 EP. Ja! Aber sollte nicht hier noch mehr sein? Das kann ich nicht sein. Ha! 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 Okay, das ist eine Garage. Dann kommen wir hier wahrscheinlich in die andere Garage rein. Ich habe auch mal eine 10mm Pistole bei mir in der Garage. Unabgeschlossen. Prag halt. Frage, streamst du morgen wieder Doys-Ex oder was anderes? Morgen werden wir auch Doys-Ex streamen. Ich mache da jetzt, ich werde da jetzt nicht lange fackeln mit. Zeig mal auf Karte an. Das ist in dem Haus trotzdem. Wir müssen wieder zurück ins Haus. Weil sonst verliere ich den... Das größte Problem ist immer bei den meisten Spielen, wo ich dann wirklich nicht bis zum Ende komme, ist, dass ich irgendwann den Anschluss verliere. Weil ich einfach irgendwann aufgehört habe zu spielen und dann habe ich irgendwie eine Pause vor ein paar Tagen und schon hocke ich da wieder und denke die ganze Zeit darüber nach, was war denn jetzt überhaupt los? Deshalb werde ich Doys-Ex auf jeden Fall wahrscheinlich am Stück spielen. Soweit es geht. Schwerbereich, wir sind in den Serverraum plötzlich. Wisst ihr welcher Serverraum das ist? Nee, nicht der, wo ich dachte. Ich dachte, ich wäre jetzt im Serverraum drin von der Bahnstation. Sieht aber genauso aus wie bei der Bahnstation. Und da sitzt auch ein Bahnmitarbeiter. Das wird die Bahnstation sein. Achtung, alle, es war traurig, dass so viele Menschen auf der Straße leben, aber wir können nicht zulassen, dass sich die Leute in unserem Bahnhof verstecken. Obdachlos hin oder her. Es macht keinen guten Eindruck auf zahlende Kunden und stellt angesichts der jüngsten Angriffe ein ernstes Sicherheitsrisiko dar. Ich habe mit den Verantwortlichen gesprochen und sie haben zugestimmt, neue Sicherheitssysteme zu installieren. Ich bin für den Rest des Tages außer Haus. Wenn also der Mitarbeiter von Sobtschack kommt, muss ihn jemand mit dem Serverraum lassen und bei Laune halten. Der Code lautet 9143. Juhu, ein Haufen leere Spins. Der suche ich schon mehr, als die Entwickler verstecken konnten. Ihr wisst ja, welcher Bahnhof das ist. Der Bahnhof, wo wir noch nicht waren. Oh, da hat er mich jetzt gesehen, wie ich hier reingegangen bin. Ist mir wohl egal. Wir müssen jetzt eh zurück. Wenn man eine Ratte sein will, kann man hier wirklich überall hinkommen. So, jetzt rechts rum. Dann kommen wir beim Apartment fast wieder raus. Obwohl ich jetzt, glaube ich, das Problem kriege, da ich hier nicht wieder hochkomme. Danke für Sieg. Geht doch. Ich wollte schon sagen. So, ich habe eine Spur zum Illegang nehmen. Hm. Guck mal. Die Spins, darauf habe ich vorhin nicht geachtet. Hä? Ach, eine geheime Tür. Krass. Und ich wollte eigentlich nur mit dem Spray spielen. Die wäre mir sogar nicht aufgefallen. Ach, scheiße. Sicherheitsstufe 4. Ich habe dann... So gut kann ich nicht hacken. Also muss es doch irgendwo noch ein PDA geben, was ich finde oder was ich verwenden kann dann. Das Auto, Hacker. Wird mir gesagt. Aber ich kann doch nichts hier benutzen. Ist es wichtig, ob ich eine Freundin habe oder nicht? Ist das gerade im Spiel relevant? Weil ich es gefragt wurde. Man kann bestimmt durch irgendeine Zauberaktion feststellen, wie das Passwort ist. Meins mit dem Multitool zum Beispiel. Krasser Scheiß. Leider ist damit mein Multitool verschwendet. Danke. Oh, ist ein neues Multitool drin. Danke für die Tipps übrigens. Kleine Planänderung, Cygnus. Es wird zu schwierig für mich, Neon aus dem Labor zu schmuggeln. Die Wachen der Dvalis verdächtigen mich schon. Wir müssen unsere Vorgehensweise ändern. Das Labor befindet sich unter dem Zellen-Apartmentkomplex. Such die Generatoren, dann findest du auch das Labor. Du musst durch zwei Türen. Der Code für beide Türen ist 0311. Klingt einfach, oder? Tja, dummerweise haben sie zwischen den Türen ein Geschütz installiert. Sieh das Ganze mal an, wenn du Zeit hast. Ich melde mich bei dir. Na super. Warum nicht? Geschütze sind doch auch immer nur Spaß. Das Spiel macht mich fertig. Das Quest, das geht immer weiter. Und da ist jetzt wieder ganz hinten. Unglaublich. Wenigstens kommen wir genau bei der U-Bahn raus. Geil, wie wir noch kein bisschen die Hauptmissung verfolgt haben. Hallo? Soll ich dir mal zeigen, was ein Optik kann? Hey, hört außer mir noch jemand ein metallisches Geräusch? Nein, hör ich nicht. Wie der Treppen läuft. Ich nicht. Da oben ist ein gefährlicher Mann. Wie der Treppen läuft. Wie der Treppen läuft. Wie der Treppen läuft. Wie der Treppen läuft. Vielen Dank.